Also es war immer so die ganze Saison dann über, dass das immer wieder zur Sprache kam, wenn wir in der ersten Runde raus wären, hätte dieser Weg gar nicht bestreitet werden können. Und von daher war das auch jetzt, so die Jahre danach immer wieder bei mir im Kopf, immer mal wieder. Aber wir waren damals eine super Truppe und ich hatte in der ersten Runde meinen Anteil und die Jungs haben dann die nächsten Runde weiter klasser gespielt und von daher war das ein Verdienst von uns allen und ja, war ein geiler Erfolg. Also ich glaube, was Geileres gibt es nicht für uns. Wir können ja alles raushauen in dem Spiel. Wir sind Underdog, müssen uns aber nicht verstecken. Ich denke, wenn wir gut die Zweikämpfe annehmen von vornherein und das Publikum mitnehmen, dann kann ja schon einiges möglich sein. Ich bin heute früh schon 800 Mal die Treppen hochgelaufen. Kann nimmer.